Also, herzlich willkommen zum Fragenhagel mit Friedrich Gückel von der Spielvereinigung Mössingen. Torwart, Friedrich, was ist das Erste, was du beim Aufwärmen machst? Bahnenlaufen. Gewinnt bei euch im Training, wenn ihr das mal macht, Team Jung oder eher Team Alt? Team Alt. Hefe oder Helles? Helles. Was wird das Erste sein, was du am Samstag machst? Meinen Sohnenarmen nehmen. Deine objektive Meinung, was ist anstrengender, Feldspieler beim Handball oder eher Torrad? Feldspieler. Okay. Welchem Spieler würde es gut tun, aber auch mal ins Tor zu gehen? Simon Schleich. Okay. Lieber Landesliga oder Verbandsliga? Verbandsliga. Nach dem Training trinke ich ein... Spezi. Was ist dein Lieblingsspiel in dieser Saison gewesen? Eichsheim. An welche Parade erinnerst du dich besonders in dieser Saison? Gegenstoß gegen Schoenberg. Vorfuß in der Latte. Okay. An welches Spiel erinnerst du dich eher nicht so gern in dieser Saison? Speichingen. Im Falle des Aufstiegs auf welches Spiel... Ah, das ist ein bisschen blöd, die Frage. Nein, die streiche ich wieder. Also am Ende der Saison belegt ihr den Platz? Den Ersten. Okay. Und ihr steigt auf, weil... Wir die bessere Mannschaft sind. Sehr gut. Das war es auch schon. Meine vorvorletzte Frage war echt dumm, weil ich fragen wollte, auf welches Spiel du dich am meisten freust. Aber wenn du jetzt deine Karriere beenden möchtest, dann ist die Frage erübrigt sich.